Stress Burnout. Ja, ein wirklich brandaktuelles Thema. Wie geht man damit wirklich um? Ich habe selber bittere Erfahrungen gemacht und der Fehler Nummer eins, bei mir aber auch bei vielen Partnern, die ich kenne, ist, dass man einfach zu spät reagiert. Mitarbeiter fallen aus, und zwar Monate. Die Kosten sind enorm. Wie könnte man das besser lösen, dass der Stress, die Erschöpfung nicht zu einem Burnout führt? Dass es gar nicht aufkommt. Und da gibt es wunderbare Warnzeichen, die der Körper, aber auch den Kopf aussendet, wo wir aber einfach nicht darauf reagieren. Man denkt, ich bin ein bisschen müde, bin ein bisschen erschöpft, schlecht schlafen, bin greist. Aber das sind alles Zeichen, wie beim Auto, wenn es rote Ölwarnlämpchen aufläuft, läuft man doch auch immer noch. Aber wenn man das nicht macht, ist Gefahr, dass es zu einer Blockierung kommt. Professionell reagieren, die richtigen Massnahmen treffen, es ist ganz einfach zu erklären. Wir dürfen nicht den Raubbau an den psychischen und Kräften fortsetzen, dauern und machen. Das ist der wahre Grund, die Ursache, dass Risiko zu einem Burnout kommt. Natürlich ist jeder andere Mensch disponiert. Es geht manchmal ein bisschen länger, ein bisschen kürzer. Wichtig ist, dass wir einen Weg finden, und das ist ganz individuell, muss auf Personen zugeschnitten sein, die Work-Life-Balance, dass man in das Gleichgewicht hineinkommt. Im Vorfeld darf man einfach nicht warten, bis der Organismus erkrankt. Und da ist ein ganz wichtiger, entscheidender Faktor, wie härter und anstrengender das man schafft. Wie intensiver muss man auftanken, wie häufiger muss man die Regeneration am Körper und auch an der Seele machen. Wie beim Auto. Wenn man länger und schneller fährt, muss man umso häufiger auftanken und die Energie wieder zuführen. Wir machen aber in unserem Alltag eigentlich fast das Gegenteil. Wenn wir viel arbeiten, wenn wir mal so eine Phase haben, wo wir halt irgendwie mal ein Projekt aufbauen oder Sende führen müssen, dann haben wir keine Zeit mehr und dann dürfen wir genau die Regenerationselemente sträuflich vernachlassen. Das Auftanken muss frühzeitig erfolgen. Meidigkeit und Erschöpfung sind Anzeichen, dass die Energiereserven wie beim Auto langsam zusammen gehen. Wenn man auf die Reserve fährt und dann einfach den Motor vor dem Verstotteren, das ist so, wie es beim Menschen auch funktioniert. Wir sind von der biologischen Seite, sind wir wie ein Hybrid Auto. Wir haben körperliche, physische, aber wir haben natürlich auch mentale, psychische Energien, die aufeinander abgestimmt sein müssen. Der mentale Stress, Erschöpfung, Burnout. Das Konzept, das wir aufgebaut haben, ist sehr praxisorientiert und hält sich in den Unternehmen wirklich sehr bewährt. Übrigens, es braucht dazu gar keinen Kurs, sondern das kann man ganz individuell mit den Teilnehmern machen, wie auch jeder Mensch ist etwas anders disponiert. Ich würde vorschlagen, wenn wir mal über das Thema reden könnten, würde mich freuen, von Ihnen zu hören. Herzlichen Dank, Robert Lauber. Vielen Dank, Robert.